Hallo YouTube, hier ist wieder Christiane, die Musikdramaturgin. Heute mit einem Beitrag zu Ludwig van Beethovens einziger Oper Fidelio. Ich war bis zum Herbst beteiligt an einer Fidelio-Produktion am Theater in Koblenz und habe während der Probenzeit gesehen, wie bockig dieses Stück ist. Also es macht an ganz vielen Stellen Probleme, die Figuren verhalten sich irgendwie unlogisch, vieles ist oder wirkt künstlich. Wenn man versucht, die Probleme zu lösen, dann schafft man sich sofort neue Probleme. Und ein gutes Regie-Team kriegt sowas natürlich irgendwie in den Griff. Aber ich habe mich gefragt, was ist mit diesem Stück los? Das ist ja nicht geschrieben worden von irgendwelchen Anfängern oder von irgendwelchen Leuten, die sagen, wir versuchen mal, ob wir ein Theaterstück schreiben können. Nein, sondern da waren ganz gestandene Leute am Werk und ich habe gedacht, die müssen doch eine gute Oper schreiben können. Und ich habe mir dann die Vorlage nochmal genommen und nochmal sehr genau die Vorlage studiert. Diese Vorlage ist ein Opern-Libretto von einem Franzosen. Der hieß Jean-Nicolas Bouilly, wurde 1763 geboren, so mitten in die französische Aufklärung hinein und der hat an Regierungssystemen so ziemlich alles gesehen, was es bis Mitte des 19. Jahrhunderts, er ist 1842 gestorben, gegeben hat. Also er kannte noch die Bourbonenkönige, er hat die französische Revolution miterlebt, er hat Napoleon gesehen und er hat natürlich dann die nach Napoleon folgenden Könige auch alle erlebt. Und obwohl diese Systeme alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Absichten verfolgt haben und es unterschiedliche Regierungsformen waren, die sich auch gegenseitig bekämpft haben, hat Jean-Nicolas Bouilly es immer irgendwie geschafft, überall unbeschadet und relativ angesehen da durchzukommen. Also man könnte vielleicht sagen, Bouilly war ein Wendehals, aber er war auf gar keinen Fall ein prinzipienloser Schleimer. Dieses Libretto, das dem Fidelio zugrunde liegt, das heißt Handlung ganz grob zusammengefasst, Leonore, eine Frau von vornehmem Stand, verkleidet sich als Mann und heuert als Schließer unter dem Namen Fidelio in einem Gefängnis an. In diesem Gefängnis, so vermutet sie, sitzt seit zwei Jahren ihr Mann heimlich weggesperrt und sie stellt fest, ja, ihre Vermutung ist richtig. Ihr Mann sitzt im allertiebsten Verlies, kriegt schon seit geraumer Zeit nichts mehr zu essen, er soll verhungern und sie schafft es unter Lebensgefahr, ihren Mann zu befreien. Der Gefängnisdirektor erweist sich als Schuft, wird selber in dieses Verlies gesperrt und alle feiern die Heldentat von Leonore und ihre heroische Liebe, wie es an einer Stelle heißt. Und beim Studium dieser Vorlage hatte ich die Erkenntnis, der Autor hat zu viel gewollt. Es sind ganz viele Absichten drin und die sind für sich genommen auch alle spannend. Zum Beispiel, er hat Revolutionstheater gemacht, er hat eine ganz bestimmte Form zugrunde gelegt. Diese Form heißt Fais historique, also historische Tatsache, man könnte auch sagen wahre Geschichte, wobei diese Geschichten nicht wahr sein mussten. Man musste nur überzeugend erklären, dass diese Geschichten angeblich wahr sind. Im Fais historique wurden oft heldenhafte Frauen gezeigt. Man hat Adlige und Nicht-Adlige, also Leute aller Gesellschaftsschichten, zusammen auf eine Bühne in eine Szene gebracht. Das war damals was Neues und vorher nicht denkbar gewesen. Bouilly wollte eine gewisse Natürlichkeit auf die Bühne bringen. Deswegen spricht die Familie von dem Kerkermeister Rock, heißt er in dieser Vorlage, so eine Art, ich nenne es mal, Bügelstubendialekt. Es werden alltägliche Geschäfte gezeigt. Die Figuren haben alle unglaublich viel Gefühl und es ist so viel Gefühl, dass man sich manchmal denkt, ja, nur hör mal auf zu jammern oder hör mal auf zu schwärmen. Wir haben es begriffen, mach weiter, ja. Bouilly hat der Aufklärung gemäß gesagt, ich mache Theater, ich mache Bildung für alle. Und er hat zwei große Ideen untergebracht, große Ideen der Aufklärung, nämlich einmal Gerechtigkeit. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ein Chef kann ebenso bestraft werden wie irgendein kleiner Mann. Das ist eine Idee, die Voltaire am Anfang des 18. Jahrhunderts vertreten hat. Bouilly hat die Idee von der Liebe in der Ehe propagiert. Das war damals eine ganz junge Idee, denn bis ins 18. Jahrhundert hinein sind Eheleute zusammengegeben worden von irgendwelchen anderen Leuten, die gesagt haben, es ist politisch sinnvoll, dass mein Sohn eine bestimmte Tochter heiratet. Oder es war gesellschaftlich wichtig. Oder jemand hat gesagt, meine Tochter heiratet nur einen reichen Handwerker. Und dann wurden ihnen arrangiert. Und erst mit der französischen Aufklärung, mit zum Beispiel dem Werk von Jean-Jacques Rousseau, kam man dahin, dass man gesagt hat, ja, also, es gibt das Phänomen der Liebe. Menschen verlieben sich ineinander und die wollen auch selber ihren Ehepartner wählen und wollen eben nicht irgendjemanden heiraten, von dem man sagt, so, den oder die heiratest du jetzt. All das sind wahnsinnig spannende Punkte und wenn man sich da reinkniet, dann ist es auch wahnsinnig ergiebig, was man da alles noch an Seitenaspekten und Nebenaspekten findet. Aber Jean-Nicolas Bouilly hat leider nicht alles so richtig rund auf den Punkt zusammenbekommen. Er hat ganz viele Wünsche offengelassen. Ich glaube, ein guter Dramaturk hätte ihm da sicher viel geholfen. Die Leute, die das Libretto aus dem Französischen für Ludwig van Beethoven ins Deutsche übersetzt haben, die haben sich sehr viel Arbeit gegeben mit ihren Übersetzungen. Es waren insgesamt drei. Einer hat es zuerst übersetzt und alle paar Jahre hat es jemand anders dann nochmal überarbeitet, weil auch die Oper Fidelio immer wieder überarbeitet wurde. Es sind ganz dicht an der Vorlage geblieben. Es gab eigentlich nur kleine Änderungen. Jetzt war Beethoven leider kein Opernkomponist. Beethoven hat grandiose Musik geschrieben, nur leider nicht an allen Stellen grandios für die Bühne. Eigentlich hört man zweieinhalb Stunden lang Klaviersonaten und Streichquartette, die vom Orchester gespielt werden und zum Teil gesungene Sinfonien. Und es gibt auch mehrere Berichte darüber, dass Beethoven offensichtlich ziemlich beratungsresistent war, was seine Komposition dieses Textes angeht. Dabei rausgekommen ist, eine Oper, die aus großen Ideen lebt und die leider nicht ganz rund läuft. Trotzdem ist der Fidelio heute immer noch eine unglaublich beliebte Oper, aber die läuft zur Zeit an so vielen Theatern, dass ich euch jetzt nicht die ganzen Termine sage, sonst dauert die Aufzählung ewig. Ich schaue mal, wie ich euch das gut ins Video einblende, dass ihr gucken könnt, wo im deutschsprachigen Raum der Fidelio im Moment läuft. Schaut ihn euch an, schaut, was die jeweiligen Regie-Teams aus dieser Oper gemacht haben. Und wenn ihr es gesehen habt, dann schreibt mir doch mal eure Erlebnisse in die Kommentare oder macht mir ein Antwort-Video. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, Anregungen, Kommentare anderer Art, immer rein damit in die Kommentarspalte. Oder auch fragt auf meiner Tumblr-Seite, falls ihr anonym fragen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, eure Musikdramaturgin. Tschüss, eure Musikdramaturgin.